Kapitel 4 Die Bibliothek Herminia Granger schnaufte schwer. Ihr Magen drehte sich um, als sie ihre Bücher zusammensuchte und realisierte, dass die fünfte Stunde zu Ende war. Sie zögerte das Verlassen des Klassenraums so weit wie möglich hinaus, denn als nächstes stand das Nachsitzen in der Bibliothek bevor, wo sie erneut mit Malfoy konfrontiert werden würde. Einmal mehr war Malfoy, als sie diesen Morgen aufwachte, nirgends zu sehen. Sie fragte sich, wo er so früh immer hinging. Man könnte sich denken, er frühstückte, doch da es sich schließlich um Malfoy handelte, gab es dutzende Möglichkeiten, wo er sein könnte. Hermine begann leicht zu zittern und bekam Gänsehaut, als sie sich an den Blick seiner tiefen, dunklen Augen erinnerte. So viel Hass, so viel Abscheu und so viel Lust. Zittrig atmete sie ein. Sie verstand nicht, woher Malfoy die Intention nahm, sie immer wieder bestrafen zu wollen, gleichzeitig aber so physisch angezogen von ihr zu sein schien. Wahrscheinlich aber passte das ganz gut zu seiner Art. Er war schließlich ein Slytherin, und da vermischten sich die Grenzen zwischen Liebe und Hass schon mal. Sie sah das in der Tiefe seiner dunklen, feurigen Augen, an der Art, wie seine langen, kalten Finger ihre zarte, cremige Haut umschmeichelte, immer etwas mehr Druck ausübend, als es eigentlich benötigte. Genauso viel, dass es gleichzeitig angenehm und schmerzhaft war. Sie dachte wirklich, dass nur er so etwas Abscheuliches, Perverses geil fände. Aber letzte Nacht stellte sich heraus, dass sie es auch tat. Die eindeutige Möglichkeit, dass Ron tot war, bestand, doch nur eine Berührung von Malfoy und es wurde ihr vollkommen egal. So wie alle anderen Gedanken auch. Sie wollte, dass er sie zum Kommen brachte. Sie wollte seine Berührung. Sie brauchte es einfach. Und das flößte ihr mehr Angst ein, als irgendetwas zuvor. Während sie um die Ecke ging, hoffte Hermine in Ron zu laufen. Sie hatte ihn seit gestern Nachmittag weder gesehen noch gesprochen. Sie fragte sich, wie schwer er verletzt war. Sie fand es recht seltsam, dass sie ihn in letzter Zeit so selten sah. Ja, dass er nicht einmal vorbeikam, um ihr zu erzählen, was ihm passiert war. Doch dann entsand sie sich, dass in wenigen Wochen das Quidditch-Spiel gegen Slytherin stattfand und Ron vermutlich auf dem Trainingsfeld war. Ihr Herz hüpfte vor Freude, als sie sich vorstellte, dass Ron beim Training war. Denn das bedeutete, dass er doch nicht so schlimm verletzt sein konnte, wie Malfoy beschrieb. Oder sie sich vorstellte. Sie seufzte. Ron musste es einfach gut gehen. Es musste. Aber da sie Harry und Ginny auch ewig nicht gesehen hatte, konnte die Theorie mit dem Training schon sehr gut möglich sein. Unglücklicherweise konnte sie Malfoy, seitdem sie mit ihm in einer Unterkunft lebte, nie komplett entfliehen. Egal wie viele Stunden Quidditch trainiert wurden. Hermine erreichte das Porträt und murmelte ein Passwort, bevor sie eintrat. Sie platzierte ihre Bücher auf dem Tisch und bemerkte, dass Malfoy's Quidditch-Ausrüstung schlampig auf einem der Sofas des Gemeinschaftsraums herumlag. Da Malfoy seine Kleidungsstücke und seinen Besen wie nichts anderes auf der Welt vergötterte, musste er in ziemlicher Eile gewesen sein, dass er sie einfach so unachtsam zurückließ. Sich geistig darauf vorbereitend, ihm erneut unter die Augen zu treten, verließ sie den Raum und begab sich Richtung Bibliothek. Als sie die Bücherei betrat, sah sie Madame Prince an ihrem Tisch sitzen und sich einige Akten blättern. Nachdem sich das Gryffindor-Mädchen vorsichtig nach blonden Syrians umgesehen hatte, schritt sie selbstbewusst auf Madame Prince zu. Ah, Miss Granger! erkannte die Bücherfrau mit einem Nicken an. Mr. Malfoy befindet sich in der Zaubertrank-Sektion. Ich möchte, dass alle Bücher alphabetisch nach dem Autor geordnet werden. Begeben Sie sich bitte dorthin, ich hole sie ab, sobald das Nachsitzen vorüber ist. Sie nickte einfach und machte sich auf den Weg. Hermine kam an der Fluch-Sektion und der Zauberspruch-Sektion vorbei. Die Bücher verschwammen vor ihrem Auge, als sie vorbeistreifte. Dieser Ort war eigentlich ihr Allerheiligstes. Ein Ort, an den sie einfach gehen und sie selbst sein konnte. Doch nun würde sie nichts lieber, als so schnell wie möglich herausgelassen zu werden und sich von dem abzuwenden, was sie zu fürchten gelernt hatte. Diesen einen gewissen Slytherin. Hermine zog verwundert ihre Augenbrauen zusammen. Die Tische bei der Zaubertrank-Sektion waren alle leer. Sie dachte, wenn Malfoy Bücher sortierte, würde er zumindest die Tische dazu nutzen, die Bücher abzulegen. Behutsam ging sie um die Ecke und erschrak, als sie ohne Vorwarnung hinter ein abgeschiedenes Bücherregal gezogen wurde. Im nächsten Moment spürte sie bereits ein paar Lippen auf ihren eigenen und eine begnadete Zunge, die sich langsam in ihren Rachen schob. Sie stöhnte leise, während sich ihre beiden Zungen umeinander schlangen und hatte das Büchersortieren bereits vergessen. Das wurde aber auch langsam Zeit, dass du kommst, Granger. Ich bin direkt nach dem Quidditch-Training hergekommen, in der Hoffnung, dich früher zu sehen. Hermine spöttelte. Das erklärt zumindest schon mal den Gestank. Draco grinste böse, während er begann, seine muskulöse Hüfte vor- und zurückzustoßen. Sein leichterigierter Schwanz rieb gegen Hermines Zentrum. Voller Begierde krümmte sie ihren Rücken und ihr Atem wurde unregelmäßig. Plötzlich hörte er auf und erntete Protest von dem sichtlich angetörnten Gryffindor-Mädchen. Er lachte auf diese Reaktion hin. Draco Malfoy, lachst du mich etwa aus? fragte sie ärgerlich, während ihre Stimme eine Oktave höher ging. Sie schmolte wie eine Fünfjährige, dem man das Eis weggenommen hatte. Malfoy fand, dass dies die unverfälschigste Geste war, die sie jemals vollzogen hatte. Es war kein berechenbarer Zug. Sie ärgerte sich ernsthaft, weil sie seine Berührung wollte und das brachte ihn zum Lächeln. Das erste echte Lächeln, das ihm seit langer Zeit über die Lippen kam. Dieses Lächeln blieb auch von Hermine nicht ungesehen. Unsicher biss sie sich auf die Lippen. Sie wusste nicht, ob ihr das nun die Nerven raubte oder sie berührte. Doch wenn es eins gab, an das sie niemals im Leben geglaubt hätte, seit sie in Hogwarts war, war Draco Malfoy vor Lächeln zu sehen. Ähm, vielleicht sollten wir... Stotterte sie nervös, während sie unruhig ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagerte und schüchtern dreinblickend versuchte, um ihn herumzugehen. Nicht, raunte Draco sofort und griff nach ihrem Arm, als sie sich einige Schritte von ihm abwand. Hermine blickte ihn mit unglaublicher Verwirrung an, doch spürte unlängst seine Erregtheit, als sie ihre zarte, fragile Hand zu seinem harten, geschwollenen Schwanz führte. Hermine nahm einen langen, tiefen Atemzug und schloss ihre Augen, als er sie zurückdrückte. Bitte, Granger. fliehte er mit deutlich zitternder Stimme. Ich brauche dich. Hermine konnte nichts anderes tun, als nicken zu bestätigen, während sie begann, ihn seiner Robe zu entledigen und seinen Erregierten Freund freizulassen. Draco konnte nicht fassen, wie geil er auf einmal war. Das Einzige, was sie getan hatten, war für ein paar Minuten rumzumachen. Doch das reichte bereits. Er war nun hart wie ein Fels und es machte ihn wahnsinnig, dass Hermine das erste Mädchen war, das es schaffte, ihn so schnell zu Erregieren. Zumal sie ein Schlammblut war. Draco war im Begriff, auch ihre Robe zu entfernen, doch aus heiterem Himmel ergriff Hermine die Initiative und drückte ihn rücklings gegen das Bücherregal. Sie griff seine Eier und quetschte sie leicht in ihre Hand, was Mayford dazu brachte, unregelmäßig zu atmen und zu winseln. Hermine sollte sich mittlerweile eigentlich besser im Griff haben, doch die Säufzer, die der blonde Kerl ausstieß, machten sie schwach und gedankenlos. Es gab ihr Selbstbewusstsein, dass sie es schaffte, ihn zu befriedigen. Granger, was machst? wollte er hastig fragen, wo er sich die Antwort doch schon vorstellen konnte. Schhhhhh, flüsterte sie. Sie wollte wissen, wie er schmeckte. Sie hat in ihren Büchern gelesen, dass Frauen Männer schmecken und befriedigen, indem sie ihren Schwanz lutschten. Und nach dem, was May vor letzter Nacht für sie getan hatte, wollte sie wissen, wie das so ist. Er besorgte es ihr immer. Und komischerweise wollte sie diese Geste erwidern. Zittern kniete sie sich vor ihnen und ihr Blick erfasste sein langes, stahlhartes Teil. Plötzlich spürte sie, wie ihre Nerven sie verließen. Sie streckte ihre Hand zögerlich aus, doch zog sie schnell wieder zurück. Schwer atmete sie ein und schloss ihre Augen, während sich der bescheuerte Nervendruck in ihrer Brust immer weiter ausbreitete. Sie fragte sich, wie oft Pansy oder irgendein anderes Mädchen ihn bereits befriedigt hatte. Draco schaute zu ihnen ab und bemerkte ihr Zögern. Hämisch lachte er. Granger, wenn du das nicht kannst. Das habe ich doch gar nicht gesagt, warf sie ein. Ich habe nur noch nie... Jemandem einen runtergeholt? bändete er ihren Satz. Sie seufzte schlicht und nickte. Wie bitte? Du hast es Weasley kein einziges Mal so besorgt? Meine Güte, Granger, ihr treibt es nicht mal miteinander? Was sollten zwei Menschen denn sonst zusammentun? Neugierig schaute er sie an. Keine Bedenken, dass er sich fürs andere Geschlecht zu interessieren beginnt? Hermine erhob sich unverzüglich. Nur zu deiner Information, Malfoy. Es geht Ron und mir nicht die ganze Zeit nur um Sex. Wir respektieren einander und er hat mich noch nie unter Druck gesetzt. Er spottete mürrisch. Ja, und genau da liegt das Problem. Tja, wenn du meinst, dich so arschig benehmen zu müssen, kannst du ja... Sie schaute hinab und lachte. Dein kleines Dilemma selbstbeheben. Sie drehte Malfoy den Rücken zu und war im Begriff wegzugehen, doch sie fühlte, wie Draco ihre Hand packte, als sie aufhörte, ihn liebevoll zu umsorgen. Er drehte sie um, damit er in die Augen sehen konnte. Mit sorgsamem Blick musterte er sie, woraufhin Hermine eine Augenbraue hochzog und wartete, dass er etwas sagte. Ich mag diese Macht, die du über mich hast, ganz und gar nicht, Granger. Ich bin kein Mann großer Entschuldigungen, aber angesichts meiner Situation bitte ich um Verzeihung. Sie legte ihren Kopf schief und versuchte, an sich formendes Lächeln zu unterdrücken. Hätte sie ihre Muggelkamera dabei gehabt, hätte sie zu gern ein Foto von Dracos verkrampftem Entschuldigungsversuch aufgenommen, er würde ohne Zweifel vor Scham im Boden versinken. Sie nickte. Na gut. Draco ging zurück, seine Hand in ihrer und stieß erneut gegen das Bücherregal. Hermine kniete sich wieder vor ihn und Malfoy konnte immer noch sehen, wie nervös sie war. Granger, jetzt nimm einfach das Teil und reib es sanft. Ich finde das auch ohne deine verbalen Instruktionen heraus, keifte sie. Echt jetzt? Stichelte er. Wie soll das denn bei dir funktionieren? Frustriert biss sie sich auf die Lippe und schreit weiter zu reden, griff Draco ihre Hand und führte sie zu seiner Mitte. Hier. So. Oh Gott, Hermine. Lustvoll begann Malfoy zu stöhnen, als sie ihre zarten Finger um sein immenses Teil schlang und ein bisschen mehr Druck ausübte. Die keuchenden Atemzüge, die er dabei ausstieß, erzeugten eine Pfütze in ihrer Mitte. Unterbewusst presste sie ihre Schenkel zusammen, um etwas von dem Druck zu dämpfen, der sich gerade aufbaute. Es entspannte sie ungemein zu sehen, dass ihn das, was sie tat, befriedigte. Wie er ihren Namen sagte, als wäre nichts. Draco war überrascht, als sie ohne Anleitung ihren Daumen auf seine Eichelspitze legte und sie massierte. Kurz darauf entran ihm ein bisschen Prä-Ejakulat. Seine Augen flackerten und er warf seinen Kopf in den Nacken. Gedanken an letzte Nacht erwachten. Hermine entsann sich seiner Zunge auf ihrem Zentrum, leckend, saugend, sie zum Höhepunkt bringend. Sich erinnernd, wie er sie leckte, senkte sie ihren Kopf und begann, über seine feste Haut zu lecken, ehe sie ihn komplett in den Mund nahm. Draco jaulte und kniff seine Augen zusammen. Er schlug so heftig mit seiner Faust gegen das Bücherregal, dass einige von ihnen herausfielen. Es fühlte sich so verdammt gut an, ihren heißen, ergützlichen Mund um ihn zu haben. Erschrocken weiteten sich Hermines Augen und sie ließ mit einem Ploppen von ihm ab. Entschuldigung, ich wollte nicht... Nein, Granger... ...bettelte er, während er verzweifelt nach ihrem Kopf griff. Hör nicht auf. Es fühlt sich so gut an. Viel zu gut für dich, um jetzt aufzuhören. Sie lächelte nervös. Wenn du mal die Klappe halten würdest, könnte ich hier das vielleicht auch zu Ende bringen. Meine Nerven sind eh schon am Ende und ich habe keine Lust, von Prinz hier gefunden zu werden, flüsterte sie. Wer weiß, was das auslösen würde. Draco nickte zügig, ehe ihren Kopf wieder zurück auf seinen Schwanz führte. Sie saugte leicht und begann erneut, seine Eier zu quetschen. Ihre kleine, zarte Hand war nicht in der Lage, seinen kompletten Hosen zu umschließen. Dieses Gefühl machte ihn schwindelig. Oh, fuck! Keuchte er heftig, als er seinen Kopf wieder nach vorne brachte und sie dabei beobachtete, wie sie ihn saugte. Er strich ihr durch das gelockte Haar und drückte ihren Kopf sanft vor und zurück. Oh, bei Merlin! Raunte er schleppend. Draco verstand dieses Gefühl nicht. Er hatte schon so viele Blowjobs bekommen, dass er bereits gar nicht mitzählte. Gerade erst kürzlich konnte er Pansy für einen Quickie in seinem Zimmer begeistern. Clevererweise erzählte er Snape, er hätte sein Zaubertrankbuch im Zimmer vergessen, obwohl er sie die ganze Zeit bei sich hatte. Fuck! Hermine! Ich komm gleich! Draco spürte den sich aufstauenden Druck in seinem Schwanz und wenige Sekunden später explodierte er in ihrem Mund. Vorerst war sie überrascht, doch sie schluckte. Und sie musste zugeben, er schmeckte gut. In ihren Romanen hatte sie gelesen, dass der Würgereflex normalerweise einsetzen würde, doch zu ihrer eigenen Verwunderung tat er das nicht. Alles, worüber sie nachdenken konnte, war, dass den Geschmack sie gänzlich erfüllen würde und bereits da wusste sie, dass sie nicht genug haben konnte. Als sie das letzte bisschen von ihm geleckt hatte, wischte sie sich über die Mundwinkel, stand auf und schaute ihn an, woraufhin sie errötete. Sein Schwanz erschlaffte allmählich und sie konnte nicht anders als zu grinsen.